Wer wird diese Katastrophe überleben? Er kommt doch durch, oder? Er hat zu tun, was er kann. Irgendwas stimmt er nicht mit den Babys. Fangen wir sie rein. Dieser Tag. Es hat Kommunikation. Verändert das Leben aller. Wie geht es dir? Für immer. Oh mein Gott. Und was machen die? Wir können nicht bergarten und beten. Desperate Housewives. Nächsten Mittwoch 20.15 Uhr pro 7.